Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lebenleute. Ich habe richtig gut geschlafen, so ungefähr 10 Stunden, würde ich mal sagen. Und das ist auch sogar mehr, als ich die letzten Nächte geschlafen habe. Also die letzten Nächte habe ich jetzt auch nicht zu wenig geschlafen, so ungefähr 8 Stunden, halt ausreichend. Und ja, auf jeden Fall denke ich, dass ich mit dieser Einstellung die Prüfung auf jeden Fall gut machen werde. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Abschlussprüfungs-Vlog heute. Und ich wollte euch natürlich auch noch herzlich willkommen heißen. Das habe ich jetzt vorher ein bisschen vergessen, aber das mache ich halt jetzt, wie gesagt. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Naja, eigentlich nichts, ne? Ich werde auf jeden Fall sagen, da ich mich wie bei der letzten Prüfung ein bisschen hübsch machen muss, also nicht jetzt hier mit Jogginghose dort auftauchen darf oder mit T-Shirt, werde ich auf jeden Fall jetzt mich nochmal mit Hemd und mit Jeans anziehen. Also sprich mit der Kleidung, die ich dann anziehe, wenn ich im Ringen gehen muss, wenn ich noch nicht mich ganz anziehen möchte. Und ja, ich würde sagen, ich mache das jetzt eben. Ich ziehe mich an und dann sehen wir uns angezogen wieder, meine lieben Leute. Bis gleich.